Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns wieder auf der Welt von Farcoy. In der letzten Folge konnten wir endlich schießen und haben auch einen Quad gefunden. Am Ende haben wir uns hier versteckt. Ich wollte auch schon wieder den hören. Müssen wir mal gucken. Wo die sind. Wir haben ja hier in der Nähe eine Mission. Aber was zum... Die Schlangen hier können einem beißen. War nicht schlecht. Wenn wir uns erstmal das Auto ausleihen. Die sitzen auf der falschen Seite. Okay. Ah. Wir haben die einen eingeparkt. Da hinten müssen wir hin. Können wir mal machen. Oh ne. Scheiße. Oh. Ja. Weiß ich auch. Den... ... ... ... ... An versehen. Ich spür. Ja. Du bist alleine, du Vogel. Zum Henker. Zum Henker. Legt der mit da hin? Oder... Der ist keine Sau, weißt du. Ich soll ihn retten. Ich stehe genau hier. Anquatschen geht auch nicht. Dann kommen wir halt noch mal. Oh. Oh. Wie soll man ihn retten? Er ist keine Sau. Wir werden gesucht, das ist ja geil. Ja, lass mich doch da ans Telefon. Was ist denn Scheiß? Boah, ist nicht wahr. Ah, na Karte. Was soll ich damit? Sollen wir uns jetzt hier ein Pickup klauen? Der Vogel steigt ja nicht mit ein. Radio aus. Ja, das probiere ich ja gerade. Sollen wir uns jetzt hier ein Pickup klauen? Ja, das war's. Sollen wir uns jetzt hier ein Pickup. Wie geil, dass die Karre nicht rückwärts fährt. Das ist ein scheiß Auto. Boah, was will der eigentlich von mir? Was zieht jetzt für ein Knarre auf mich, du Vogel? Boah, Alter, ich kann ihn noch nicht anquatschen. Ist das ein Scheiß? Jetzt kommt wer, oder was? Alter, wo denn? Ich hab nicht geschossen. Ich hab ihn. was will der kerl von mir ich gehe kaputt da sind wir doch ich habe ihn gefunden habe ich da so eine scheiße hier ich gehe jetzt halt da hin mit dem ich vogeln nicht will ich rufe jetzt hier ja wieso geht das scheiß radio nicht aus ich rufe jetzt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Holz befindet sich hier. Erst die Nachricht lesen, dann sprengen. Besser ist. Ah, irgendwas. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommen wir da rein. Das ist der erste Challenge. Complete more Challenge. Mehr Points. Cool. Kurz für eine... rauchen oh gott ich habe alles angettündet eine brennende Obstplantage sieht halt auch schöner aus blau heißt fertig oder was auch mal das auto echt jetzt kommt nicht durch die scheiß kiste ich würde ja brennend interessieren warum das mit dem radio nicht geht jetzt sieht es so aus in gar keinen sinn hier hat auch schon wieder wen weil genau da lang fahren auch guck mal da Die Falle. Die vermehren sich. Ganz eindeutig. Oh. Weiche Triste. Lass mal alles anzünden. So. Das ist wie das hier im Auto. 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 Oh Gott, guck doch ins Auto. So. Das ist wie das hier im Auto. 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 Das hier im Auto. Das ist wie 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 weiße. Mit ner Ferse? Wui, na ja schön. Oh, scheiße. Da brennt n das. Okay. Das ist doch scheiße. Wie geht denn das? Ah. Okay. Sie explodiert. Das ist bestimmt doch das Ding, wenn ich drangehe. Super, ich habe mich angezündet. Also es ist das blöde Mausrad. Hier ist schon wieder so eine fanatiger Kirche. Wir brauchen unbedingt Munition. Was war das? Dann Democrit testen. eigentlich würde ich die mitnehmen für den pfeiler geht bestimmt nicht weil ich einen bogen brauche oder so ein scheiß was ist denn der herr ist denn das interessiert mich nicht wirklich wo ist jetzt dieser komische köter es sich hier sollen quatsch die was ist denn das oh da na fahren wir jetzt zu dieser pumpkin farm Oh ja, das Ding lenkt dahin, wo ich ihn gucke. Das ist ja assi. Oh scheiße, wir sind fast da. Oh ja, das ist ja. Ne. Ja, Pat. Was bin ich mit dem Köter jetzt? Oh, hier ist das Gewehr her. Oh, Alter, dieser ganze Tix geht mir so auf den Sack. Oh scheiße. Oh. Oh, das Inventar ist voll. Kann ich mehr Munition mitnehmen? Oh. Oh. Oh Gott, ich will immer rauszoomen. Oh. 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 Was ist hier? So war ich es drunter. Oh. 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 gut wo müssen wir als nächstes hin wo wir können das sogar mit dem trecker machen das hier unten zählt immer noch nicht wahrscheinlich muss die scheiß arcade spielen hier standen noch autos rein nicht mal da oben stirbt irgendwas er ist tot wie komme ich denn hier raus da stehen da bestimmt wieder welche auf der straße ist der köter läuft uns nach kann der nicht einsteigen und scheiße da stehen ja welche jetzt auf einmal sind da welche oder was muss mir aber scheiß an ich habe irgendwen über den haufen gefahren lernen wir uns von hinten geht gar nicht schade ach was da stirbt wieder wer das leckt mich am arsch oh ne schon wieder alle ich glaube ich habe meinen Hund überfahren was zum ach da hat der munition dabei die halte hier jetzt die drecksaufgabe wenn die jetzt wieder nicht klappt was macht denn der hund da jetzt auf einmal schweig 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 Und ich wusste, dass das passieren würde. Es macht keine Unterschiede, jetzt. Alles ich weiß, ist, dass wir die Leute zu schützen. Ich weiß, wie wir zurückkommen in der Kult. Aber wenn wir das richtig machen, wir brauchen die Deathwish. Das ist mein Auto. Problem ist, es sitzt in einem Garage, das hat sich überrascht von diesen F**chen. Du gehst nach US Auto und gehst. Ich werde sicher, dass die Leute hier sicher sind. Ich werde dich da, und wir gehen auf eine Rampage gegen diese F**chen. Lieber Rad US Auto. Hä? Wo denn? Weeping Truck. Was ist denn? Hä? Da stehe ich doch. 2.000... Wo zum Henker soll das sein? Da hinten? Oh, da sind noch bestimmt 100 Straßensperren auf dem Weg. Vielleicht mal. Ich did yes. Kannst du dahin teleportieren? Cool. So ein Scheiß. Bin ich mal gefahren. Raffivents. Raffivents. Ah. Schön. Es gibt hier kein Auto. Die Garage ohne Auto. Da können wir uns eins rufen. Stopp. Echt jetzt? Echt jetzt? Und. Raffiv. Spawn. Ja. Das ist ja krass. Wir haben unsere eigenen Autos. Wo schon wieder das scheiß Radio nicht ausgeht. Ja, lehnt die Alte sich mal wieder rein. Scheiße. das ist ja krass. so der straußensperre war gar nicht so schlimm schon wieder keine munition weil wir nur zehn schuss haben oh guck mal wer erscheint oh kacke oh gott ich spreng mich selbst in die luft ja wir reparieren steig ein das auto keine munition das ist scheiße das spiel ist gut da ist viel munition keine munition da steht schon wieder irgendwas auf der straße was ist das für ein scheiß auto bremst du einfach die karre ist ganz schön langsam weit irgendwo in der richtung zu sein ob es hinter dem berg runter geht die karre direkt beschleunigt das war absicht 400 meter berg hat es gebracht die karre hält voll gut was aus also wir müssen jetzt da war irgendwie müssen wir nach links rechts links 95 meter gleich da wir sind da los gott scheiße oh da war noch einer ich drück doch die taste wo ist mein oh ja wo ist mein der schaufel ich hatte doch eine schaufel also rechts ist einer oh scheiße wo ist meine kack schaufel hin diese munitionsknappheit ist auch scheiße die sind ja überall ja leck mich macht ja super spaß keine munition und direkt schaufel ist auch weg scheiße ich hätte es alle überfahren sollen scheiße wo soll man jetzt wo ist jetzt meine scheiß schaufel weg ich gehe kaputt oh echt jetzt ja köht halt die fresse keine munition keine munition super und das ah wie machen wir das jetzt also da ist einer ach kack da oben ist einer auf dem dach ach nee ist er mir angezündet oh nö wo ist denn jetzt mein rohr oh da ja das war ein bisschen nah weiß ich auch ja der hat ein ist klar ja 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 uh tot 10 Schuss habe ich echt geil oh wenn ich diese Fatzken nochmal sehe muss ich kotzen oh auch granat kann ich auch wieder nicht benutzen ich muss als erstes ihn auf dem dach gehen wie mehr gewollt ihr auf dem Sack Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, wieder tot. Ach, ficken, ey. Ja. Jetzt sehe ich die Fatske von diesem Hurenbock wieder. Rauchgranate war nicht schlecht. Die Fatske wurde vom Hurenbock... Ich verstege die D 720-operator. Das war's für heute. ja schlag doch nur nicht zu aber wir laufen jetzt einen anderen weg ja ich stirb ja gleich wieder so weit weg kacke ja 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 Ich krieg ne scheiß Sirene aus. Muss auch nicht. oh oh Kein Geister So aber wenn wir die noch noch mal zwei nehmen wieder also das lief jetzt schon mal besser also gehen wir wieder rechts rum und muss nur den auf dem dach als erstes es Oh, dass es hier kein Autolooten gibt. Weißer, der wirft das auch weiter. Was zum... ... 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